Hey, wir sind hier am Set vom Kinofilm Ostwinds. Ich bin der Marvin und spiel in Sam und zeig euch einfach mal das ganze Set, wo in Van Kahn. Ja, kommt einfach mal mit. Gehen wir mal in den Wohnwagen direkt rein. Tada! Das ist das kleine Reich von Herrn Kahn. Hier zum Beispiel haben wir ein kleines Kunstwerk von ihm, was auch nachher in einer Szene angespielt wird. Das Kunstwerk soll zeigen, wie Mika bei Ostwind, das soll Ostwind sein, eingeschlafen ist. Jetzt gehen wir mal Richtung Badezimmer. Man sieht hier schon an der Seite die Dusche und das Waschbecken, der Spiegel ist natürlich im Badezimmer nicht fehlender. Und ja, aber wie man sieht, es ist eigentlich gar kein wichtiges Badezimmer. Es ist eher so eine Abstellkammer. Hier sind wir am Werkzeugstisch von Herrn Kahn, speziell bei seinen selbstgemachten Pferden. Ist alles geschnitzt. Ich lege den Handballen auf, passt um, den Handballen auflegen, aber dann nicht an der dicksten Stelle, sondern von der dicksten Stelle nach unten und gar nicht so verdreht. So? Ja. Und... Ah ja. Die Abteilung Requisite, die beschäftigen sich damit. Ja, und allgemein, dieser ganze Platz hier, der wurde komplett neu gebaut. Hier war eigentlich nur Wiese. Die Leute vom Szenenbild haben sich das alles ausgedacht. Natürlich abgesprochen mit der Regie und so weiter. Und ja, das ist alles eigen. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Aber ich muss jetzt leider auch los, denn ich muss jetzt auch irgendwann mal drehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald, natürlich am 21. März im Kino Ostwinds. Ja, bis dahin noch viel Spaß und wir sehen uns. Ciao! Bis zum nächsten Mal.